Eigentlich bin ich jemand, der sich recht viel bewegt, habe ich gemeint. Ich gehe zweimal in der Woche Turnen, Walking machen, ich gehe ins Fitnesscenter. Aber wir waren einmal in einem Vortrag von Erich Weidmann, und da habe ich gedacht, das ist eine völlig neue Art von Bewegung. Da hat man auch von Bewegungswerkstatt gehört. Meine Frau hat immer gesagt, wir gehen dann mal hin, kannst du dafür einen Turnverein auslassen. Es ging aber trotzdem fast ein Jahr, bis wir das erste Mal hin gegangen sind. Für mich war das eine grosse Entdeckung. Ich habe gemerkt, es gibt völlig andere Arten, sich zu bewegen. Nicht einfach Krafttraining machen, mit den gewöhnlichen Bewegungen laufen, sondern wirklich ganz bewusst den Körper erleben. Mir hat das immer gefällt, dass Erich immer sagt, man muss nicht Muskeln und Knochen kennen und benennen können, aber man muss wissen, wie sie zusammenspielen. Und da bin ich jetzt dran, das wirklich zu entdecken. Und es macht riesig Spass.